Buongiorno Signori, ich bin's, eure Dario. Heute sind wir hier im Vinario, weil ich möchte euch ein wunderschönes Grappa von Nonino vorstellen, nämlich die Cru Monovitino Piccoli, eine sehr edle Sorte von Grappa. Die ist wunderschön, man hat an die Nase ein wunderschönes Aromen von Akazien, Quitten, Jasmin und der Gaumen widerspiegelt sich alles mit wunderschönes Honignoten, also ihr solltet den Grappa unbedingt probieren, sie können das nur hier bei Davide bei Vinario eigentlich finden. Kommen Sie uns zu besuchen. Dario, machen wir es noch mal. Etwas kürzer, es war zu lang, alles klar. Also warte, ich trinke das aus. Okay, Signori, Buongiorno, wir sind in Vinario hier. Wir trinken heute eine Cru Monovitino von Nonino. Super, danke. Dario, das war zu kurz. Das war zu kurz. Bisschen mehr, ne? Buongiorno, Signori. Dario bin ich von Vinario. Wir sind hier heute eine wunderschöne Grappa zu probieren, super schön. Von Nonino. Ist das gut. Mit Akazien, Benzin, Jasmin meine ich. Die Grappa. Es war Dase. Komm zu besuchen. Dario, Dario, Dario. So geht's nicht. Ein bisschen poetischer. Ein bisschen mehr Emotionen, ja? Noch mehr. Ist gut. Hallo. Entschuldigung. Wir sind hier in Vinario. Eine Grappa zu probieren. Von Nonino. Dario. Ich kenne dich schon. Ich habe dich schon getrunken. Die schmeckt sowas von gut. Die schmeckt gut. So, stopp, stopp, stopp. Dario, konzentriere dich. Bitte. Du bist doch ein Profi. Ich versuche es. Ist gut. Dario, Dario. Letztes Mal. Gib dir bitte Mühe. Hallo Leute. Ich bin Dario. Ich bin Dario. Ich bin Dario. Wo sind wir hier? Wie Dario. Froh. Dario, Dario, Dario. Das reicht. Wir brechen ab. Dario, es reicht. So, so Schuss aus. Dario. Dario, es reicht. Schuss. Schuss. Dario. Wir brechen ab. Komm. Dario. Dario. Los, komm. Die sind weg. Komm jetzt. Ja, komm jetzt. Dari, komm. Oh, wir gehen. Oh, wir gehen.